Heute geht es um dieses schicke Teil, das Rollin S der Firma DJI. Ja, wir haben schon ein paar Versuche gemacht, um das geht es heute und in den nächsten Wochen und Monaten könnt ihr uns begleiten, wie wir versuchen zu lernen mit dem Gerät umzugehen und vor allem auch mit der Kamera, die drauf sitzt, umzugehen in freiem Feld. Also es wird spannend, bleibt dran! Ich grüße euch beim Videopodcast der Zeitverbraucher. Ja, das Rollin S ist ein tolles Gerät, es gibt ganz ganz viele Videos schon bei YouTube, die sich mit dem Gerät beschäftigen. Das ist jetzt ungefähr seit, ich glaube, einem halben, dreiviertel Jahr auf dem Markt, beziehungsweise verfügbar. Verfügbarkeit ist immer noch relativ kritisch, wenn man es bestellt, kommt dann direkt vom Hersteller aus der Firma aus China. Ja, und das Gerät ist ein Hilfsmittel, ein Tool für Videofilme, das man sich eigentlich schon lange gewünscht hat. Die Firma DJI hat ja schon seit Jahren die Osmos auf dem Markt, die für den Amateurfilmer wirklich eine tolle Möglichkeit sind, schöne Kamerafahrten einfach aufzunehmen. Ich selbst habe auch so ein Osmo und bin auch immer noch nach wie vor begeistert von dem Gerät. Und der nächste logische Schritt war jetzt eigentlich hier diese Apparatur, denn das Osmo schränkt einen natürlich in der Möglichkeit der Kamera ein bisschen ein. Festbrennweite, es geht relativ viel automatisch, das Objektiv der Kamera ist ziemlich weitwinklig. Und die Funktionen, die Möglichkeiten des Osmos auf einem stabilisierten Gimbal zu haben, plus dann nochmal die Möglichkeiten, die eine normale digitale Spiegelreflex oder eine Systemkamera bietet, sind natürlich sehr verlockend. Und ja, deswegen wie gesagt, das war der nächste logische Schritt. Und jetzt muss man halt mal gucken, wie man mit der Sache umgehen kann. Die Bedienung des Geräts ist erstmal relativ intuitiv, sehr ähnlich dem Osmo übrigens. Man kann diesen Gimbal hier über ein Steuerkreuz bedienen. Man hat ein paar Modis, die man einstellen kann. Und ansonsten ist es eigentlich erstmal Kamera drauf und los geht's. Ich lasse euch mal hinten so unserer ersten Versuche mitlaufen, was wir mit dem Gerät schon mal versucht haben aufzunehmen. Und da war es wie erwartet so, dass es zwar tolle Möglichkeiten gibt, aber man muss sich da wirklich erst einarbeiten. Und ich habe gemerkt jetzt bei diesen Probeaufnahmen, oder bei dem Probenprojekt, das wir da mal gemacht hatten, dass es wirklich da sehr, sehr viel zu lernen gibt. Und vor allem, wenn man vor Ort ist, wenn man draußen irgendwo unterwegs ist, muss das in Fleisch und Blut übergehen. Das heißt, man muss da wirklich schon sehr sicher sein, was man an der Kamera einstellt, wie man das Ronin bedient, welche Modis für einen in Frage kommen bei dem Ronin. Jetzt sind wir schon bei den Modis. Ja, Modis können, ja, mehrere Modus, ne Modis, könnt ihr hier über diese Taste auf Abrufen, über die Menü-Taste hier. Und einstellen bis ins Detail könnt ihr das über eine App, die DJI kostenlos anbietet für iOS und Android. Und über diese App könnt ihr wirklich alles konfigurieren. Ihr habt da viele Werte, die ihr einstellen könnt, von Geschwindigkeiten über die Drehkeit der Reaktion des Gerätes und so weiter und so weiter. Aber auch hier muss man jetzt erstmal seine Werte, die für die Art der Aufnahmen, die man machen will, taugen, muss man erstmal rausbekommen und muss da erstmal ein bisschen, ja, üben, üben, üben. Das haben wir ansatzweise versucht bei dem Projekt, das ihr gerade hinten seht und, ja, ich finde, es sind schon für den ersten Versuch ganz nette Aufnahmen dabei entstanden. Wir haben uns allerdings jetzt, also ich habe die Schwächen und die Stärken so ein bisschen schon ansatzweise erkannt und jetzt haben wir uns eigentlich für die nächsten Wochen und Monate vorgenommen, immer so kleine Teilprojekte zu machen, um dieses Gerät und auch die GH5, das ist die Kamera, die dann hier drauf kommt, wirklich kennenzulernen, die Einstellungen, welche ideal sind, welche für die einzelne Szene ideal sind, wo es eventuell noch irgendwelchen Nachbesserungsbedarf gibt, das alles rauszufinden. Die Idee hierbei ist, dass wir uns immer so 2, 3, 4, 5 Minuten Projekte suchen, mal gucken, was wir da machen, wir haben da schon die eine oder andere Idee und in diesen Projekten versuchen wir jetzt immer eine Automatik mehr rauszulassen und rauszunehmen. Das heißt, wir werden, denke ich, bei dem ersten Projekt wirklich die Kamera komplett im Automatikmodus lassen und versuchen, die Geschwindigkeiten, die Reaktionen des Ronnens hier zu lernen und zu optimieren und für uns dann zu nutzen. Das zweite, was wir dann versuchen wollen, ist, dass wir den Fokus in der Kamera auf manuell stellen und dann mit dem Fokus versuchen, mit dem manuellen, na, mit dem manuellen Fokus versuchen zu arbeiten. Auch hier gibt das Ronnens eine Möglichkeit, das wirklich sehr komfortabel zu regeln. Es ist nämlich ein integriertes Fokusrad an dem Gerät mit integriert. Und mit der kompatiblen Kamera, die GH5, könnt ihr das wirklich, könnt ihr euren Fokus hier manuell nachziehen. Ich habe da wenig Erfahrung mit. Ich glaube, es bedarf sehr, sehr viel Übung, um das wirklich schön sauber hinzubekommen. Aber dafür sind die Projekte da, dafür wollen wir das so lernen. Ja, das nächste wird dann irgendwann sein, dass wir Belichtung, die Belichtungswerte oder den Weißabgleich und andere Einstellungen in der Kamera dann auch auf manuell stellen und das Ganze sukzessive uns entwickeln, sodass wir irgendwann alle Detailfunktionen des Ronnens und auch der Kamera wirklich gelernt haben, beziehungsweise, dass die in Fleisch und Blut übergehen. Ja, das Ronnens selbst hat die Möglichkeit, zum einen das Ganze nur mit Bewegung zu steuern. Das heißt, es gibt dann so einen Nachlauf. Wer das Osmo kennt, da ist es sehr ähnlich. Es gibt einen Nachlauf, es gibt eine Möglichkeit, dass das Ganze schnell oder langsam sich bewegt. Kommt halt wirklich immer auf die Situation an, was man gerade für eine Szene aufnehmen will. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Automatismen sich zu programmieren über diese App. Das kann zum einen ein Motion Labs sein, in dem dann wirklich Fotos gemacht werden oder eine Kamerafahrt über einen gewissen Track, den man vorher programmiert. Also auch diese ganzen Detailfunktionen muss man lernen und muss man ein bisschen mit üben. Man muss es einfach ausprobieren und dann gucken, was hat jetzt gut funktioniert, was könnte man eventuell beim nächsten Versuch verbessern. Eine ganz tolle Funktion hat das Osmo, das man auch wirklich ganz oft bei den ersten Review-Videos des Gerätes bei YouTube sieht. Das ist die 360-Grad-Drehung der Kamera, was wirklich atemberaubende Effekte ergibt. Wir haben das auch schon mal versucht, aber auch hier ist es der Fall, dass da alles stimmen muss. Und auch da kann man noch bessere Effekte herausbekommen. Und meinen großen Respekt vor den Reviewen, die dieses Gerät wirklich in den ersten Tagen und Wochen getestet haben und dann auch diese Funktionen gleich ausprobiert haben und auch in ihr Demo-Video da reingebaut haben. Die sehen richtig gut aus. Wenn man das jetzt hier wirklich selbst benutzt, merkt man, hm, das ist gar nicht so einfach, wie es am Anfang aussieht. Ja, bis jetzt bin ich noch relativ begeistert. Was heißt relativ? Ich bin begeistert von dem Gerät. Ich werde aber noch in den nächsten Wochen auch ein bisschen Muskelaufbau-Training machen, da dieses Gerät wirklich schwer ist. Also, ja, es hält halt auch große Kameras. Ich glaube, bis 3,6 Kilo Kameras kann man da draufschrauben. Allerdings möchte ich das Gerät mit dem Eigengewicht und einer 3,6 Kilo schweren Kamera, aber das möchte ich eigentlich nicht bedienen. Das wird für Einhandbindungen wirklich schwer. Die GH5, die ist noch relativ leicht. Ich habe da so ein mittelgroßes Objektiv drauf, also das ist wirklich noch handelbar. Aber wenn man da so mal 20 Minuten, eine halbe Stunde, auch mal länger mit dem Gerät gearbeitet hat und es durch die Gegend geschleppt hat, dann merkt man schon, oh, hm, brauchen wir 5 Minuten Pause. Also, man kann es immer ruhig halten, die Kraft schwindet. Also von daher wäre ich noch ein bisschen Muskelaufbau an den Oberarmen betreiben müssen, dass ich dann auch lange, länger durchhalte bei den Drehs, die wir so vorhaben. Ja, das soll es erst mal gewesen sein zur Einführung unserer Ronin S Videoreihe. Ich weiß jetzt nicht, in welchen Zeitabständen diese Videos hier kommen. Das wird Wochen und Monate dauern, bis wir da wirklich die Serie komplettiert haben. Ich denke, das nächste Video wird auch ähnlich sein. Ich zeige euch dann das Projekt, was wir gefilmt haben und versuche auch dann ein bisschen ein Making-of mit da einzublenden und euch zu zeigen, wie wir was gemacht haben oder wie was nicht geklappt hat. Das kommt mit Sicherheit auch vor. Das wird aber, denke ich mal, noch einige Wochen dauern, bis wir dann wirklich jetzt soweit sind und das Gerät und dieses Projekt fortführen. Bis dahin, seid gespannt. Es macht viel Spaß, hier dieses mit dem Ding zusammenzuwachsen. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis demnächst hier beim Zeitverbraucher. Servus!